So. Boah, 30 Minuten Folge. Diese Folge wird aber kürzer. Ich muss doch irgendetwas achten. Hallo. Hallo. Was? Man sieht deine Flanke gar nicht. Von mir? Ja. Wie drehst du dich überhaupt um? Ähm, mit nem... Ähm, ähm, rechten Stick. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir funktioniert mit Tastatur. Ach ja, stimmt du. Morgen kannst du ja nicht mit Gamepad spielen. Oh! Boah! Alter, irgendwie verfehlst du aber der... Alter, ich bin der... Der ist ja geflogen. Dafür verfehlst du aber wirklich jeden Punkt pocket. Parade, Junge. Parade, Junge. Und... Ah, der war zu schwach. Oh, nein. Der war mal getroffen. Alter, den hat er auch was gekriegt. Gekriegt. Ich bin zu hoch gewesen! Boah! Boah! Also... Ja, weil einer davor war... Ich wollte schon mal nach sagen, wann sind wir Tiere. Ja, ne, äh, weil da einer davor war, musste ich früher springen. Oh, scheiße, das war mein Fehler. Boah! Oh, die verfehlen auch. Oh! Oh! Boah! Alter, ich hab hier gar nichts mehr gesehen gerade. Ich hab nur noch den Puck weggekriegt zum Glück. Ja. Das war mir echt arg gefährlich. Ach, schade. Alter. Alter, was war das denn für'n Leck? Alter, was war das denn für'n Leck? Hey, dieses Wort gab's schon vor diesem Spiel, weißt das, Alter? Nein! Boah! Alter! Boah! Ich hab gedacht, du fiffst den Stefan, deswegen bin ich abgezogen und genau auf den Puck natürlich gefallen müssen. Hey! Boah! 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 Ja, nur Scheiße! In der Unterhose. Nee, kriegst du? Uhuhu! Ey, habt ihr dieses Video auf Facebook gesehen, Alter? Gegebenso ne Holländer hat der... der Schläft weiße, der hält da seine Hand am Arsch Und auf einmal holt er so ne Hand raus und hat Scheiße in der Hand daheim. So eklig. Richtig eklig. Habe ich nicht, weil Boggy da schöne Wings stand. Sorry, hättest du was sagen müssen. Übrigens fliegt hier gerade irgendwas rum. Oh ne, ich hoffe das ist wieder keine Mücke wie gestern. Schöne Tigermöcke hier drin gehabt. Alter, war das gut. Nein! Oh, was für ein Leck. Dieser eine Typ leckt ganz schön rum. Den habe ich nicht. Oh, Alter. Welcher, welchen meinst du denn? Ich weiß nicht, ich glaube das ist der Joso. Hey, war da irgendwas? Oder der ist meinst du? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Der hat nen miesen Ping, ja. Der Joso ist das nicht. Der Joso ist auf jeden Fall der, der rumleckt. Also zumindest immer beim Schießen. Ja, dann benutzt der irgendwas, weil der hat keinen schlechten Ping. Huch! Der benutzt der irgendwas, scheiße. Ich weiß auch nicht. Nein! Oh ja. Ja! Geil! Alter, also richtig viel geht es. Und der einzige, der übrig bleibt, bin ich. Lududu! Lecker, Bananensaft. Mh. Boah, Klatsch. Jawoll! Aber auch nur ganz Samort, Alter. Den hätte ich fast nicht gekriegt, ey. Ah, du hast sogar noch in die Richtung gedrückt, also mit dem Sprung. Mit dem Geweihe denn nur getroffen. Im Prinzip hier mit dem... Wie weißt du? Alter, warum die denn? Alter! Was ist? Alter! Ja, ja. Was zur Hölle? Jetzt schon lange vor mir. Nein! Danke! Nein! Das ist doch unfassbar! Boah, Alter, was war das denn? Bats! Wiii! Oh. Ja, das war auch vielleicht mein Fehler. Ja, aber das hat er dann noch mal reingehauen. Gut nachgesetzt, ey. Jep. Das wäre eher ein Presspuck. Boah! Scheiße! Alter, du hast Bock jetzt. Das ist aber langweil, ich mach mal Firehunter. Triffst halt gar keinen Punkt. Nee, von der Wand zu springen ist auch richtig schwer. Das ist aber schon mal hingekriegt, ey. Jaaa! Also im Moment, bis der echt will. Aber das Treffen, das ähm... Schaffe ich tatsächlich sehr selten. Eigentlich müsste ich das unterlassen, aber das macht so Spaß. Das ist ja. Oh, Alter! Hahaha! Alter, das war sehr knapp! Sehr gute Vorlage. Schon wieder zwei Vorlagen, ja. Ja, ja. Alter, war das knapp! Ähm, halt auch bloß, weil ich dir halt gesagt total, ähm, dranbleiben, weißer. Ja, ja. Keine Sorge, die wär schon nicht einfach ausgestiegen, gell. Stefan, das klappt aber auch nicht wirklich immer. Man muss schon abschätzen können, ob das klappt oder ob das... Nein, 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 nein! Das ist auch ein Fassbord. Das ist auch ein Fassbord. Nein, 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 nein. Und genau das macht, äh... Da kann man nichts dagegen machen. Naja. Ja. Das war noch nicht mal Lacker, genau. Dauerhaft Lack, Alter. Ja. Das ist jetzt, glaub ich, das dritte Tor. Lack Tor, ne? Ja. Das vorletzte... Das vorletzte war ja auch ein Lack Tor, also das dritte. Boah. Instantlack, die echte. Alter! Stefan! Boah, das war knapp. Alter! Ups! Den hab ich hier ins Tor geschossen. Nein! Doch! Ja! Alter, war das knapp! Spielmacher. Schon wieder drei Vorlagen, Alter. Alter, das war auch mal wieder so eine geile... Ich hatte aber kein Tor und das war zu schnell. Aber ich hab den doch noch gekriegt. Ja, den hab ich ganz schön reingeknippelt. Ich hab das gesehen, der kam echt extremst schnell. Aber da muss ich sagen, das war auch ein Lacktor von uns. Ein gekonntes Lacktor. Alle Dinger waren Lack. Ich versuch den nach oben. Alter! Ja, doch, doch! Hoch! Achso! Platzhalter! Alter, wieder 4-4! Ich würd' ja lachen, wenn wir wieder 5-4 gewinnen. Dann wär' jetzt das dritte Spiel hintereinander, was wir 5-4 gewinnen. Geil! Ich bin nicht da! Schade! Ah, nein! Ich war zu schnell! Da kam der Puck auf einmal ganz schnell... Genau! Ich versteh' mich nicht mit dir vor! Stefan? Nein! Ja, diesmal hat's geklappt. Hab ich, hab ich, hab ich! Einfach, alt, nee! Doch! Ja! Er hat's nicht geschafft! Alter, sind wir Tiere! Äh! Impfung gleich gleich spit gemacht, Alter, diese Arameo! Ja gut, er hat das auch jetzt zu verantworten, ne? Das war der, ne? 5-4, Alter! Drei Mal hintereinander! Das war der, ne? Das war der, ne? Haben wir aber auch verloren! Boah, zwei Tore, drei Vorlagen, fünf Schüsse, eine Rettung! Jusuf! Läuft, ey! Jusuf, ist b'signet! 960 Punkte sind ordentlich hier! Ja! Boah, ich weiß gar nicht mehr, was mein Rekord war. War das nicht irgendwas mit... 1400 Euro? Ja! Das war aber auch ein hartes Spiel! Aber wenn ich schon mal an die 1000 Punkte dran bin, dann war das ein richtig gutes Spiel für mich! Ja, ja, ja! Das sind ja immer... Ja, Vorlagen hauptsächlich, ne? Ja, also, ähm, 1000 Punkte haben wir schon mehrfach geschafft! Echt anstrengend mit den Vorlagen! März? Gumm! 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 so was mit so was müsst ihr mal rechnen ja alter man kann aber auch nicht überall auf dem feld sein doch das recht alter jemand hat mich da gehabt wenn ich diese saue erwische mach ich fertig war deine mutter ich nicht ich war halt meistens auf den Puppen zu übertrieben weggekriegelte nein aber ich hasse das alter stefan jetzt reicht es ich warte gemütlich auf den Puppen bis er runterkommt weißt du weggekriegte alter stefan ja ne aber du hast mich gerammt ach schade zu weit das wäre aber sehr gut gewesen ach schade leider dem nicht gesprungen ich war viel zu weit weg das konnte nichts machen was war das denn ja ich dachte ich springe ein bisschen anders so dass ich den noch ablinke aber leider habe ich den Puppen nicht mehr getroffen du hast den Puppen nicht mehr getroffen wie so eine Katze die ihm gerade einen Schreck kriegt das kam plötzlich oh scheiße in allerletzter Sekunde äh was war das denn ich hab kein Video mehr ich auch nicht musst du doppelklicken und nach vorne drücken da lande ich meistens nicht richtig das passt schon wenn du wirklich ganz normal oh alter tschuldigung ich wollte den Puck abwehren oh der ist ganz gefährlich der ist ganz gefährlich ich hätte auch ah das habe ich zu spät gemerkt ich hätte auf die auf den Typen äh feuern sollen ich hätte die beide wegkicken können ah das war zu spät ach schuldig echt man reicht mir langsam du kriegst gleich mal meine Fahne oh nein welche von den beiden acht ich meine die gute die was die gute gerade frisch produziert die Fahne die Fahne Alter Schwede der war arg schnell boah shit was alter Schwede man die Luftwänge extremen also boah schass sehr gut machst du den selber rein nein schade das wäre aber ein Lacktor gewesen ja wir müssen ja jetzt auch nicht ein Lacktor oder so sagen das ist das andere war halt nur aber alter Stefan du der wär aber auch nicht reingegangen doch ich glaub der wär drin gewesen ne also aus meiner Perspektive sei das ein bisschen schwer zu sehen ob ein Wasser rausfährt ja naja der sah aber ziemlich in Richtung Tor aus das sehen ja und gerade wenn der Pokal direkt auf dich zukommt dann kannst du den ne kann man nichts machen aber ärgerlich ach scheiße alter ich war nicht schnell genug manchmal zählt echt jede Sekunde boah Stefan schade was macht Stefan da was mach ich da vor allem Hilfe oh ja toll was hab ich denn da gemacht ich kreis da erstmal an der Decke rum frühe Orientierungsprobleme wie Spiderman klebt dich da dran und ich muss diesen scheiß EP-Shat in dem ausschalten boah was jedes mal in der Aufnahme wenn sich jemand da ausloggt ich vergesse es immer wieder ach oh scheiße was sollte denn das werden äh ich hatte ich war auch auf dem Punkt fixiert und du bist dann genau unter mir gefahren scheiße ich wollte den nach oben kriegen Kaktobo ach verdammt nein sehr gut der geht drüber ach ich ach ich da kommt ein Hähnchen sag doch was ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nitro! Ich habe gerade auch massive Nitro-Probleme! Noch alles in Ordnung? Ja, aber wir müssen doch wenigstens ein Tor hinkriegen. Ehrlich? Eigentlich schon. Alter! Er stört worden. Nix da! Alter, wo kamst du denn? Ich war im Tor! Extra! Scheiße, ich habe den nicht richtig reingelenkt! Jetzt! Oh, schade! Ich habe den nicht richtig reingelenkt gekriegt, schade. Nee, ich habe mich im Tor verschanzt, um halt gut reagieren zu können. Und das hat genau gere... Schade. Ich habe das aber mit dem Angriff verpatzt. Achso, nächste Folge. Bis gleich!